Im Hintergrund sehen wir die Maschine unter Tutten Topal, der automatisch Container entlädt. Diese Maschine kommt zum Beispiel in Logistikzentrum zum Einsatz, wo ein Container mit Kisten, zum Beispiel Shootartons aus Asien kommt. Hier durchsieht das Ganze vollautomatisch. Der SEMAT bedeutet für uns, dass wir mit einem Produkt kommen, das nicht mehr da ist. Wir haben nach 2015 entschieden, dass wir von Hydrauliksystemen zu SEW Motion Control und SEW Servo Motor. um die Bewegung unserer Systeme sehr leicht zu machen. Das war ein Felddesprojekt für unsere neue MOVIC Kinematik, die hier zum Einsatz kommt. Die haben wir im Vorfeld durch unsere 3D-Simulation die Maschine virtuell in Betrieb genommen, noch während der Aufbau lief. Als die Maschine fertig war, nur noch sehr wenig Zeit zur Programmierung benötigt wurde. Der Grund für uns zu arbeiten mit SEW ist, dass wir wissen, dass sie eine große Firma sind. Und sie haben viel Unterstützung, um uns zu helfen. Sie waren immer da, wenn wir sie brauchten. Und es resultiert in ein System, das sehr reliable ist und funktioniert einbahnfrei. Bis zum nächsten Mal. Du hast es nun einmal gut gemacht. Bitte glaubst, dass wir Ihnen bei uns im Rahmen gelten machen. Aber es ist nicht so, dass wir uns beim Prinzipien verwenden, ein paar Tage, oder untertitel und drückenden. Es wird nicht so, dass wir uns im Auftrag abhalten über den0 Achselemente. Und wir haben uns erstellt, dass wir uns hier ein paar Jahre verèmten. Wir haben auch noch mehr Zeit. Das ist so, was wir bei uns im Auftrag ab wollen. Gerade in einem Rapalien verèmert nicht so, dass wir uns mit Ashkenen CAT Moscow im Auftrag haben, durch den Produktions verändrouw und für uns der Buchneumfest. Und wir haben sie erst danach? Vielen Dank.